Das Leben ist voller Poesie und Musik, Punk-Pionier Chris Bailey ist tot, seine Band gilt als eine der wichtigsten Punkbands der 1970er, Chris Bailey, Sänger, Gitarrist und Gründer von The Saints, ist verstorben. Chris lebte ein Leben voller Poesie und Musik und blieb an einem Samstagabend hängen. Die Band bezieht sich auf ihren größten Hit, Eim, Strandet, den sie 1976 aufgenommen haben. Der Song gilt als einer der einflussreichsten Punk-Songs aller Zeiten. 1973 wuchs der 1957 in Kenia geborene Chris Bailey zunächst in Belfast auf und wanderte im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Australien aus, wo er zusammen mit dem Gitarristen Ed Küper und dem Schlagzeuger Ivor Hay eine Band gründete. Die Saints wurden zum Zentrum der australischen Punk-Szene. Ende der 1970er Jahre zogen die Bandmitglieder nach Großbritannien, wo sie unter anderem als Backer für The Ramones und Talking Heads auftraten. Auch Bandmitglied Ed Küper verabschiedete sich via Twitter von Bailey. Chris und ich haben uns kennengelernt, als wir etwa 14 Jahre alt waren, eingesperrt an der Oxley High School, schrieb der langjährige Gitarrist der Band. Sie wurden Freunde, woraus sich eine extrem starke künstlerische Partnerschaft entwickelte. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.